Hey Leute, willkommen zu einem neuen Youtube Video. Heute bin ich im Urlaub und will euch heute mal die Schickimicki Wohnung zeigen. Hier ist das erste. Das Clou. Das war der Raum. Hier neben das Waschbecken. Man muss einmal rumlaufen um die Hände zu waschen. Super toll. Leute, wir sind in der Wohnung 424 hier. Es gibt so viel. Hier ist noch ein Bettraum. Also ne, nicht noch einer. Also Leute, es gibt viele Betträume. So, dann haben wir hier. Hier haben wir noch einen schönen Tisch. Hier haben wir dann noch ein Schlafzimmer. Zeig ich euch jetzt nicht. Das ist fast genauso wie die anderen einfach nur Betten. Hier haben wir noch eine Küche. Beste aus dem Wohnzimmer. Geh mal weg, damit man sich nicht sieht. Und hier haben wir's. Okay, das reicht. Noch ein Schlafzimmer. Den Fernseher. Stell mich mal in die Ecke, damit man mich auch nicht in der Spiegelung sieht. Hier ist der schöne Fernseher. Hier ist ein Luxuskamin 3000. Und tadaaa. Eine Terrasse. Leute, ich zeig euch. Ich mach jetzt ein Tutorial, wie man das aufmacht. Hallo. Ja, so, guckt mal. Jetzt hat man hier so einen Spalt offen. Aber... Tutorial, wie ihr das ausbekommt richtig. Guckt mal. Also es ist so verschlossen. Einfach... Zack. Ihr seid draußen. Das war's. Das war das Tutorial. Ja, das riecht ich zu. Dann verschließen. Verschließen. Und... Ja, Leute. Das war die Wohnung. Luxuswohnungen, Leute, würde ich erstmal sagen. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da. Ich versuche wieder aktiver Videos zu machen. Die Mega-Heizung. Das ist natürlich das Wichtigste. Feuerlöscher. Guckt mal, Leute hier. Wir sind übrigens in den Niederlanden. Wir sind in den Niederlanden. Und hier gibt's Sachen aus drei Sprachen. Wir machen nochmal so. Kontrolle vor der Abreise. Sind die Fenster und Türen verschlossen? Lamm und Heizung. Auch super. Danke, dass du mithilfst, um eine sichere und energiesparende Zukunft zu schaffen. Ich kann diese Sprache nicht. Und ja, Leute, ich kann euch noch einmal kurz das von außen zeigen. Hier... Hier ist die Wohnung. 424. In den Niederlanden. Ich sag natürlich nicht, wo. Also welcher Park das ist. Leute, ich will euch noch einmal zeigen. Leute, ich kann euch das nochmal zeigen. Guckt mal. Hier gibt's noch so viel andere Gebäude und so viel. Und Leute, es gibt sogar ein Schwimmbad. Hier. Ein Schwimmbad. Das ist das coole. Aber Leute, das soll's auch erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch noch einmal die Lampen zeigen hier. Ja, das sind die Lampen. Aber das sind natürlich nicht die einzigsten. Wir haben hier hinten noch mehr. Achtung, die Heizung kann heiß sein. Attention. Keine Ahnung. Ja. Okay, Leute. Das war's für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich find die Bude toll. Wir bleiben hier für zwei Wochen. Bis dann. Und ciao. Ciao.